Willkommen zurück zu Splatoon 3. Dieses mal ein bisschen Splatfest, ist zur Abwechslung auch ganz nicht. Feiertage ja auch vorbei. Aber das Splatfest. Das haben wir noch zum Abschluss. Komm. Ja. Komm her. Okay. Und ich bin im Team. Sulu. Cool, 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 cool. Kann er? Oder ist der draufgegangen? Nee, der ist draufgegangen, der Teamkollege. Okay. Schade. Aber okay. Auch eine interessante Farbe, die wir hier haben. Aber okay. Komm. Hopp. Ja. Ich erinnere mich ein bisschen an die Glasure, die Zuckerglasur. Die Farbe. Oh, komm. Nein. Oh, wo kommt der auf einmal so schnell? Der hat auch eine hohe Feuerrate, ne? Da ist mein Schwabber ein bisschen zu langsam. Komm. Ja. Ich habe jetzt auch länger nicht mehr Revierkampf gespielt. Und eben her. Ja, okay. Komm. Schauen wir mal, ob ich es noch auf Top-Niveau kann. Weg da. Ja. Ja. Okay. Ja. Und hier. Warte. Komm her. Komm her. Ja, schade. War es tatsächlich da oben? Ich dachte von hinten einer. Aber okay. Komm. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Ist auch wichtig. Komm. Dann färben wir hier um. Ja. Ja. Komm. Umfärben. Dann gehe ich den Weg. Na ja, ich bereue es jetzt schon. Komm her. Ja. Komm. Ja. Bitte. Komm cool. Weg da. Ja. Ich sollte. Ja. Ja. Wie schnell kommt denn der einmal mit der Airbrush? Was haben die für eine Feuerrate? Was haben die für eine Feuerrate? Ich spiele ja auch im Rangkampf nicht so viel. Aber das ist nicht schlecht für Revierkampf. Muss man sagen. Komm. Äh. Der war auf einmal weg. Hä? Ja. Das sind drei Gegner. Was soll ich machen? Jetzt kriegen wir noch den einen oder anderen Prozent hin. Bisschen. Was kann ich noch machen? Komm. Ja. Bitte. Och. Nee. Komm her. Schade. Ich komme nicht ins Eins gegen Eins. Warum auch immer. Haben wir verloren. Ja. Ich weiß zwar nicht warum. Aber ich komme nicht ins Eins gegen Eins. Ja. Ist dann halt so. Weiter geht's. Wir sehen uns dann in den nächsten Runden. Bis gleich. Let's go. Komm. Ja. Also geht's. Wieder gleiche Gegner. Aber okay. Vielleicht kriegen wir die anderen auch noch. Schauen wir mal. Hopp. Warte. Okay. Geh mal da rüber. Ja. 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 Da komme ich nicht so gut hin. Okay. Nee. Ist noch da. Komm weg da. Jo. Komm her. Ja. Gut. Der hat die Regenwolke eingesetzt. Okay. Warum nicht. Komm her. Ja. Ja. Okay. Jetzt kann ich meine Ultra einsetzen. Die Gegner sind aber noch da. Die Gegner sind aber noch da. Die machen das auch echt gut. Muss man sagen. Machen das schon. Sehr gut. Komm. Ja. Runter da. Okay. Dann fährt man da ein bisschen. Ja. Sehr gut. Dann hier noch ein bisschen. Auch okay. Ja. Dann machen wir da mal weiter. Hopp. Dann da runter vielleicht. Ja. Bisschen riskant. Aber machen wir mal. Komm. Ja. Komm her. Ja. Okay. Ja. Warte. Da ist einer. Komm her. Komm. 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 Warte. Warte. Bisschen brauche ich noch. Komm. Gib her. Jetzt gleich. Geh mal kurz weg. Auf die Seite. Dann machen wir hier. Hier. Und hier. Ja. Okay. Dann geh hoch. runter. Wo ist der Fluchtweg hier. Ja. Okay. Ja. Stark. Komm. Dann hier noch ein bisschen färben. Könnte sich ausgehen. Wenn wir uns nicht anstellen. Wie irgendwas. Geht es sich auf jeden Fall aus. Okay. Das war nicht meiner. Aber wir vom Teamkollegen. Ja. 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 Das schaffen wir schon. Kriegen wir hoffentlich hin. Was ist hier noch weg? Ja. Dann hier das weg. Dann nehme ich da. Ja. Nimm da noch mal was mit. Ich denke wichtiger wäre, dass wir hier noch was machen. Nicht dass da noch jemand färbt. Komm her. Ja. 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 Natürlich. Natürlich. Weil hier viel Farbe von uns ist. Komm her. Komm her. Ja. Verzeih noch mal ein bisschen. Komm. Ja. Komm. Ja. Okay. Hopp. Einen habe ich noch. Ja. Zählt aber nicht mehr. Okay. Wir haben deutlich mehr. Wir haben noch in der Mitte deutlich. Hä? Ja. Nehm ich. Ja. Weil wir bei uns auch gut gefärbt haben. Wir haben bei denen dann nicht so gut gefärbt. Dafür in der Mitte dann ja. Aber war noch nur 0,4 Unterschied. Und dem her war knapp. Aber hat gereicht. Gut dann. Bis gleich. Und jetzt haben wir die anderen auch nochmal bekommen. Schauen wir mal was die können. Ja. Wir haben da mal ein bisschen. Hopp. Dann da hoch. Das können wir nachher noch genauer färben. Ja. Komm. Kannst doch nicht sein. Ja. Ja. Dann geh mal da lang. Ja. Okay. Hopp. Hopp. Komm her. Ja. Ja. Dann weiter. Schade. Schade. Auch ein schönes Blau, dass die Gegner hier haben. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Dann hier oben nochmal ein bisschen färben. Das werden die uns nicht nehmen. Mal so weit kommen die nicht, die Gegner. Dann können wir da schon mal hinter mitnehmen. Komm her. Ja. Habe ich. Weiter geht's. Die gehen aber sehr weit in den Spawn rein, die Gegner. Hier. Aber warum nicht? Ja. Gehe ich auch so machen hier. Komm. Hier. Da haben wir gar keine Chance. Also die sind schon echt gut und eingespielt auch. Ja. Dann hier noch ein bisschen. Ja. Machen wir mal. Komm. Dann da. Hier das umfärben. Dann da hoch. Hm. Das sah einfach ein bisschen weniger Blau aus am Ende. Ja. Komm jetzt schon daher. Und wenn du halt nicht schon mal von hinten weg kommst. Ja. Ja. Danke. Darf ich? Da hoch? Ja. Ich mach mal. Komm. Dann da drüber. Hopp. Ja. Danke. Danke. Hopp. Hopp. Komm her. Weiter geht's. Hä? Endlich. Ja. Weiter geht's. Komm. Ja. Ja. Komm. Ja. Komm. Komm. Ja. So. Wo ist er? Kommt er noch? Kommt er? Schade. Ja. Ja. Sehr gut vom Teamkollegen. Sehr gut gemacht. Dann färb ich hier noch ein bisschen um. Bringt er auch wieder ein paar Prozent. Komm. Ja. Okay. Dann hier noch. Komm. Ja. Dann schauen wir mal, ob es gereicht hat. Oder eben nicht. Nee. Das ist zu viel. Ja. Wir haben auch nur 2,9. Aber ja. Die haben deutlich mehr. Gut Leute. Hoffe. Hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ich werde mal schauen, ob ich den Dreifarbkampf noch mache. Oder ob ich davor noch eine mache. Eine Folge. Hoffe, ihr habt euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss. din Tag. Wir laufen wieder, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mittal vom Kram Zaatnel von D engages руб.